Einen schönen Nachmittag auf der BEST 2012. Wir haben hier einen Livestream, der diese Veranstaltungen im Vortragssaal C permanent über die Webseite der BEST ausstrahlt. Bestritten wird das vom Team der Grafischen, dem Colleg für Multimedia und ich darf jetzt vorstellen die Aufnahmeleiterin, hinten die junge Dame Richard Takur, dann Kamera hier rechts, das ist die Christiane Wallner-Haas, hinten ist der Florian Daubeck und links ist jetzt der Lukas Zoma und dann den nächsten Programmpunkt. Studieren in Deutschland, das wissen Sie ja, deswegen sind Sie da. Ich darf Ihnen Frau Kerstin Mecke vorstellen, sie ist von der Zentrale Auslands- und Fachvermittlung und zwar vom Standort Dresden und sie gibt Ihnen jetzt einen Überblick über die Möglichkeiten in Deutschland zu studieren, was für uns ja sehr interessant ist, weil das ist die gleiche Sprache und man ist trotzdem im Ausland. Ja und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, ich begrüße Sie auch recht herzlich, freue mich, dass ich heute hier sein kann. Muss Ihnen aber sagen, ich bin heute ja ganz schnell eingesprungen oder musste einspringen für den Kollegen, der Ihnen ja auch angekündigt war, für den Markus Heil. Wie geht das jetzt? Darf ich mal kurz? Wie das jetzt? Ja, hier ist es ja. Ach, dort kommt es jetzt. Und habe in dem Moment auch natürlich seinen Vortrag übernommen. Studieren im Ausland, in Deutschland, wie geht das? Jetzt ganz kurz Wege nach dem Abitur. Wie ist das Bildungssystem in Deutschland aufgebaut? Wie kann ich suchen nach dem Studienfach, dem Studienort? Was vielleicht viel interessanter ist für Sie? Wie bewerbe ich mich in Deutschland? Wie läuft das ab? Und einige Worte noch zu Kosten und Finanzierung. Ja und dann am Schluss natürlich immer noch. Was kann sonst noch wichtig sein? Dass man das in dem Vortrag natürlich nicht komplex beantworten kann, das werden Sie verstehen. Dafür bin ich ja dann auch noch am Stand und der eine oder andere hat mich schon angesprochen, wo wir dann im Einzelfall auch noch Fragen klären können. Wen es interessiert, ich habe einige Broschüren noch mitgebracht, Bildungswege in Deutschland, die Sie dann auch am Stand eventuell mitnehmen können. Gut, kommen wir zu Deutschland. Hier geht gerade alles durcheinander, aber das macht nichts. Die Folien sind jetzt so, dass Sie das von hinten wahrscheinlich nicht lesen können. Das tut mir echt leid. Wir haben also in Deutschland, wenn man das Abitur macht, die meisten Schüler dann doch, die zum Studium gehen, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in Deutschland eine betriebliche Ausbildung zu machen, wie Sie das in Österreich kennen. Ein Fachhochschulstudium oder ein universitäres Studium zu machen und eine Besonderheit in Deutschland ist auch das duale Studium. Sie haben vielleicht davon schon gehört. Was sonst noch möglich wäre, wäre in Deutschland also auch eine betriebliche Ausbildung zu machen, die dann hier im unteren Bereich sichtbar noch eine schulische Ausbildung oder aber auch Laufbahn bei Behörden, wo Sie als EU Bürger ebenfalls die Chance hätten, in Deutschland tätig sein zu können, wenn sie nur die ganzen Aufnahmekriterien auch überstehen, die ein Deutscher auch überstehen muss. Ja, Struktur des Hochschulsystems. Wir haben also Fachhochschulen und Universitäten. Zu Fachhochschulen muss ich Ihnen nicht viel sagen, die gibt es ja in Österreich auch, die also wesentlich viel fachorientierter sind als Universitäten. Wir haben dann die Hochschulen, die Universitäten in Deutschland, wo man also alles studieren kann, was man studieren möchte im Prinzip, wobei die Struktur sehr unterschiedlich ist und durch die Wende, die es ja vor 20 Jahren gegeben hat in Deutschland, es auch einige paradoxe Sachen gibt, dass man zum Beispiel an einer technischen Universität Medizin studieren kann, ist vielleicht doch ein bisschen ungewöhnlich, hat aber nur was mit dem Namen zu tun, nicht unbedingt mit der Qualität. Dann haben Sie in Deutschland noch, ja das sind die Hochschulen an sich, dann weitere Universitäten, fachorientiert Kunst, Musikhochschulen und so weiter und was ich vorhin vielleicht noch erwähnte, das waren die Fachhochschulen. Insgesamt, die dualen Studiengänge, insgesamt haben wir 400 Hochschulen, das heißt, wer nach Deutschland gehen möchte und sich eine Hochschule aussuchen möchte, muss zeitig anfangen, sich zu überlegen, wohin gehen kann, wo er das möchte, mit insgesamt 16.000 Studiengängen. Ja, hier haben wir es. Also Sie sehen es mir ein bisschen nach, es ist immer ein bisschen, wenn man mit einer fremden Präsentation arbeitet, ein bisschen anders als mit einer eigenen, aber wir kriegen das schon hin. Das heißt, Sie können also in Gesamtdeutschland studieren, je nachdem, wo Sie das möchten und sollten sich überlegen, wenn Sie in Deutschland studieren möchten, was Ihre Hauptkriterien sind, weshalb Sie nach Deutschland wollen, um dann für sich den richtigen Ort und die richtige Auswahl treffen zu können. Es gibt dazu verschiedenste Internetseiten, die man Ihnen anbieten kann, um das entsprechende Studienfach zu finden. Das eine ist diese Seite studiertestudienwahl.de. Diese Inhalte dieser Seite finden Sie auch als Buch. Dieses Buch könnte man, ja, bekommen die deutschen Abiturienten immer in der Vorabgangsklasse zur Verfügung gestellt, wo man dann wirklich schauen kann, ich möchte jetzt Betriebswirtschaftslehre studieren als Bachelor, wo kann ich das machen? Oder ich möchte jetzt, vielleicht habe ich schon ein Bachelorstudium in Österreich gemacht und möchte ein Masterstudium in Deutschland machen, wo man im Prinzip ganz gezielt nach Studienrichtungen und Studieninhalten auch suchen kann. Wie gesagt, läuft auch im Internet, sodass Sie sich das Geld sparen können. Ist sicherlich nicht die einzige Seite. Die zweite Seite, die ich persönlich besser finde, das ist die Seite unserer deutschen Hochschulrektorenkonferenz. Das ist ein Zusammenschluss der deutschen Universitäten, wo man im Prinzip ja Studiengänge suchen kann, wo man auch internationale Kooperationen suchen kann. Wenn Sie hier auf die Prämiensuche gehen, finden Sie also sehr viele Angaben und können auch ganz gezielt nach diesen dualen Studiengängen suchen. www.hochschulkompass.de heißt die Seite und ich glaube, hier waren noch Beispiele mit drin, in dem Falle unter die Profisuche gehen, wo sich dann doch eine sehr intensive Suchmaske aufbaut. In dem Falle mal Ingenieurstudium im Land, jetzt muss ich gucken, Berlin als Bachelorstudium oder grundständisches Studium, sodass Sie dann ganz gezielt die Angaben finden können. Ach, Sie sehen die Screens auch. Wer es ganz genau betreiben möchte, kann also natürlich sich auch mal die Rankings angucken, die Sie auch für Deutschland finden, wobei ich offen gestanden bin, eher ein Mensch bin, der sagt, Ranking ist gut und schön als Orientierung, ja, aber bitte nie als Dogma. Das zentrale Ranking wurde eines der ganz wichtigsten Ranking-Liste, wo man schauen kann, was sind denn nun die besten Hochschulen, finden Sie auf einer Seite von Che, vom Hochschulinstitut, che-ranking.de und dort kann man dann gezielt unter seinem Studienrichtung schauen. Was tun Sie mir denn gefallen? Schauen Sie sich ganz genau die Kriterien an, welche dort zur Bewertung herangezogen worden sind, ob das für Sie tatsächlich das ist, was Sie brauchen oder was Sie wollen, was nützen Ihnen hohe Forschungsreportationen an einer Universität, wenn die Studienbedingungen katastrophal sind. Schauen Sie sich das also wirklich an, wenn Sie das möchten. Oder Sie lassen es einfach sein und nutzen für sich andere Kriterien, die mindestens genauso wichtig sind. Daher das Wort 2010. Das Problem, dass es in Deutschland ist, dass auch das Hochschulsystem sehr föderalistisch aufgebaut ist, dass wir verschiedenste Regelungen haben in den verschiedensten Bundesländern und dass die Hochschulen auch eine sehr hohe Autonomie oder eine wachsende Autonomie, was die Auswahl der Bewerbung betrifft, haben. Es gibt vom Grunde her drei verschiedenste Bewerbungsmodalitäten, wenn ich gefunden habe, wo ich studieren möchte. Das Schönste ist, wenn zu wenig Bewerber traditionell für dieses Studienfach da sind, dann spricht man von sogenannten freien Studienfächern. Das ist vor allen Dingen im technischen Bereich sehr häufig der Fall, dass man dort außer seinem Matura-Zeugnis oder Abiturzeugnis in Deutschland nichts weiter braucht und sich einschreiben kann und mit dem Studien beginnen kann, so wie Sie das von Österreich ja auch gewöhnt sind. Es wird in Deutschland allerdings immer weniger, weil doch sehr viele Abiturienten inzwischen an die Hochschulen gehen, sodass es die Möglichkeit gibt, von der Hochschulrektorenkonferenz mit den Universitäten zu beschließen, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Studienplätzen und dort muss ich mich dann sozusagen mit verschiedensten Regelungen, Auswahlregelungen befassen. Das heißt, für bestimmte Studiengänge, wie hier ja auch, wo man eine besondere Eignung braucht, wie Musik, Sport und Kunst, muss ich sehen, dass ich an einem entsprechenden Eignungstest teilnehme, mich dort frühzeitig bewerben und informieren, was von diesem Eignungstest, was dort verlangt wird, wann die Fristen sind. Es gibt Universitäten, die verlangen schon sehr zeitig diese Tests oder diese Eignungsprüfung, so ungefähr um den Jahreswechsel, wenn sie in dem Jahr studieren möchten. Diese Tests sind für diese Studienrichtung in der Regel Pflicht, nicht immer, aber schon das Kriterium, dass sie tatsächlich auch einen Studienplatz erhalten haben. Wenn diese Eignungstests von vielen Studenten gleichmäßig erfolgreich abgelegt waren, kommen sie nämlich dann in die zweite Auswahlrichtung, Moment, jetzt haben wir erstmal die andere, das sind die sogenannten lokal beschränkten Studienfächer und hier taucht immer wieder dieses Gespenst des Numerus Clausus auf. Ich möchte es mal als Gespenst bezeichnen, weil sich sehr häufig hier falsche Anschauungen dahinter verbergen. Numerus Clausus heißt, es ist ein Kriterium für sie zu entscheiden, ob die Chance da ist, sich an der Hochschule zu bewerben oder nicht. Es wird eine bestimmte Anzahl von Studienplätzen festgelegt in Deutschland, die an diese Hochschule vergeben darf. Und dann wird geschaut auf die wichtigsten Kriterien, die Deutschland hat und das ist die Abitur-Durchschnittsnode. Welche sind die besten? Wer bekommt diesen Studienplatz? Und was ist der letzte Durchschnitt, wo jemand, der diesen Studienplatz haben wollte, diesen Studienplatz auch erhält? Also wenn dort zum Beispiel steht, der Numerus Clausus war 0,1, dann heißt, äh Quatsch, 2,1, dann heißt das, dass der Letzte, der einen Studienplatz erhalten hat, noch 2,1 als Durchschnittsnode hatte und der Nächste mit 2,2 diesen Studienplatz vielleicht schon nicht mehr bekommt. Das heißt aber, so war es in der Vergangenheit. Das wird immer rückwirkend für das letzte Studienjahr bekannt gegeben, sodass sie, wenn sie 2,2 hatten, bitte nicht davor zurückschrecken, sich eventuell hier auch zu bewerben. Im Moment haben sie auch die Möglichkeit, sich in Deutschland an so vielen Hochschulen zu bewerben, wie sie das möchten. Es gibt also da außer bei Medizin und Pharmazie keine Einschränkungen, sodass es auch so ist, dass nach den Entscheidungen teilweise Studienplätze wieder frei bleiben, sodass über ein Nachrückeverfahren es tatsächlich sein kann, dass sie trotzdem noch den Studienplatz erhalten. Also ein wenig kompliziert für die Recherche etwas, ja, als Orientierungspunkt zu wählen und bei diesen lokalen, zulassungsbeschränkten Studiengängen erkundigen Sie sich bitte, das kann in Berlin ganz anders aussehen als bei dem vergleichbaren Studiengang in Dresden oder in München, sodass man einfach seine Studienortwahl auch danach ein bisschen mit auswählen kann. Und unsere Geheimtipps sind immer so ganz kleine Universitäten an Standorten, die vielleicht gar keiner kennt, wie zum Beispiel die Fachhochschule in Senftenberg an der polnischen Grenze oder in meiner Region Sachsen ist es eine Fachhochschule in Zittau, wo es besonders gute Studienbedingungen gibt, eben weil sonst diese Hochschulen wahrscheinlich gar nicht mehr existieren würden. Kommen wir aber jetzt zu diesem doch am meisten gefragten Studiengängen wie Medizin und Pharmazie in Deutschland. Und dort gibt es einen zentralen Numerus-Klausus, weil die Nachfrage eben doch immer sehr, sehr hoch ist. Ja, und unsere Erfahrungen besagen, da ist Deutschland nicht das einzige Land. Die Nachfragen nach Medizinstudium sind weltweit doch sehr hoch, sodass jedes Land eigene Auswahlverfahren hat. Was Sie bei uns wissen müssen in Deutschland ist, dass es dort nur die Bewerbung grundsätzlich nur über eine Internetseite gibt, über unsere Stiftung Hochschulstadt, www.hochschulstadt.de. Das Link ist hier nicht mehr drauf. Es gibt also hier tatsächlich nur die eine zentrale Bewerbungsstelle, egal ob Sie in München, in Greifswald oder in Dresden oder Leipzig studieren wollen. Diese Hochschulstadtstiftung vergibt die Studienplätze nach streng geregelten Kriterien. Das eine, 20 Prozent der Studienplätze werden nach der Abitur-Durchschnittsnote, nach der Abitur-Bestennote vergeben. Das heißt, es wird wirklich geschaut, wo sind denn die Besten? Und die bekommen den Studienplatz, wenn Sie diesen Hochschulort, den Sie, ja, oder wenn das dieser Hochschulort zulässt. Wenn Sie 1,0 haben, haben Sie wahrscheinlich kein Problem. Aber schon bei 1,1 oder 1,2 könnte es passieren, wenn Sie einen Hochschulort dort nur wählen, die nur 1,0 Zugang haben, fallen Sie aus dieser Quote schon raus. Dann gibt es eine zweite Quote, das ist die sogenannte Wartezeitquote. Die Wartezeitregelung ist alles, was zwischen Matura oder Abitur und Studienbeginn liegt, außer ein Studium in Deutschland. Wenn Sie sagen, na gut, dann studiere ich erst mal Biologie und bewerte mich dann über ein Medizinstudium. Das funktioniert in Deutschland nicht. Alles andere funktioniert als Wartezeitregelung und dort wird dann geguckt, wer wartet denn schon am längsten. Und wenn Sie jetzt draufschauen würden auf die Internetseiten von Hochschulstart, würden Sie merken, dass diese Wartezeitquote inzwischen in fast zweistelligem Bereich liegt. Also man kann dort getrost erst mal eine Ausbildung machen als Krankenpfleger, um dann in diese Quote reinzukommen. Ob es zu empfehlen ist, ist eine ganz andere Frage. Ja, und weil das den Hochschulen zu starr war, haben die Universitäten gesagt, wir wollen selber auswählen. Und genau das sind diese restlichen 60 Prozent. Diese 60 Prozent der Studienplätze werden über die sogenannte Auswahl der Hochschulen vergeben. Und bei diesen Auswahlen der Hochschulen muss man sich ganz viel Zeit nehmen und die Internetseite von Hochschulstart in aller Ruhe studieren, weil die Kriterien hier sehr unterschiedlich sind. Und je nach Strategie, je nach Reihenfolge, wie Sie die Ortspräferenzen dann festlegen, die Chance besteht, einen Studienplatz dort zu erhalten, wo Sie wollen, oder eben keinen zu erhalten. Die Hochschulen, die Universitäten können hier auswählen nach verschiedenen Kriterien. Und die Kriterien sind von Uni zu Uni tatsächlich unterschiedlich. Und das sollte man sich, wie gesagt, durchlesen. Also es gibt Universitäten, die sagen, mir ist das so wichtig, dass ich hochmotivierte Leute bekomme, die trotzdem gut sind und vielleicht kein 1,0-Zeugnis haben. Ich will mit denen selber reden. Dann kommen die Bewerbungsunterlagen, wenn sie nicht gerade 3,1 haben oder wie auch immer, in gewissen Stückanzahl an die Universität. Die Universität schaut sich an, nach bestimmten Kriterien, Durchschnittsnote, gewichtete Durchschnittsnote. Das heißt, dort nochmal geguckt, wie war da in Biologie, wie war da in Chemie. Wie ist vielleicht die Gesamteinschätzung. Und die Leute lade ich mir, von diesen Ausgewählten lade ich mir dann welche ein und wähle dann im Auswahlgespräch welche aus. Wie das ablaufen könnte, sehen Sie an der Universität in Dresden. Da werden etwa 900 nachrückende Bewerbungen nochmal ausgesucht. 300 werden eingeladen für 120 Studienplätze. Nur, dass Sie mal so ein bisschen ein Gefühl kriegen, wie die Größenordnung ist. Andere Universitäten sagen, nee, ist mir zu viel, ich habe damit zu viel Arbeit, Hochschulstart macht das mal weiter und geben bestimmte Kriterien vor. Ja, und ein entscheidendes Kriterium kann zum Beispiel auch die Ortspräferenz sein. Also es gibt auch Universitäten, die sagen, das ist eine Rangfolge, der will also am liebsten in München studieren, am zweitliebsten in Dresden und am drittliebsten in Greifswald von mir aus. Und bei Dresden weiß ich definitiv, dass die drauf haben, um in diese Auswahlrunde zu kommen, muss Dresden an erster Stelle stehen. Und deswegen sage ich das, ja, sonst nimmt die Hochschule die nicht in die Auswahl rein. Das kann die Hochschule selber festlegen. Und das sage ich Ihnen deshalb, weil wer sich dafür dann bewirbt, das tatsächlich für sich ausloten muss. Die Seite hochschulstart.de bietet dort unheimlich viele Möglichkeiten. Man muss sich mal Zeit nehmen, dort drauf rumzuschauen, ein bisschen nachzusehen. Ja, Sie können auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen oder mit den Kollegen von Hochschulstart, wenn Sie dann dazu Fragen haben. Ja, hier haben wir die Bestandteile der Auswahlverfahren der Hochschulen nochmal. Entschuldigung, habe ich nie beachtet. Ich habe Ihnen das aber alles schon gesagt, so dass Sie also hier nochmal nachlesen können. Noten, Wartezeit, das gilt aber nicht bloß, wie gesagt, für Medizin, sondern generell eigentlich für alle Universitäten, die ein Auswahlverfahren machen. So, kommen wir zu dem leidischen Problem des Geldes. Was hier leider nicht drin ist in diesem Vortrag, ist eine schöne Übersichtsfolie über Studiengebühren in Deutschland. Ich glaube, das ist der Löwenanteil, das Geld ist, was Sie in Deutschland bezahlen müssten, wenn Sie denn in ein Bundesland gehen, was Studiengebühren noch hat. Inzwischen laufen sehr viele Diskussionen über Studiengebühren. Der gesamte Osten von Deutschland, also Mecklenburg, Fubermann, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, haben von vornherein keine Studiengebühren eingeführt. Andere Länder haben Sie wieder abgeschafft. Und einige sind noch in Diskussion. Im Prinzip ist es so, dass wir im Moment noch den Norden drin haben, mit Studiengebühren, also Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, sowie Bayern und Baden-Württemberg, bis zu maximal 500 Euro im Semester. Inzwischen hat Nordrhein-Westfalen auch abgeschafft. Baden-Württemberg wird gerade noch diskutiert. Sie haben also vor, im Wintersemester abzuschaffen, dass am Schluss bloß noch Niedersachsen und Bayern mit Studiengebühren übrig bleiben. Ich glaube aber, das sollten Sie schon wissen, weil das sicherlich auch für den einen oder anderen nicht ganz unwesentlich ist, für die Studienortentscheidung. Ja, hinzu kommen noch Kosten. Die sogenannten Semestergebühren, die von Standort zu Standort sehr unterschiedlich sein können. Das hängt ein bisschen von den Leistungen ab, die damit finanziert werden. Die Semestergebühren finanzieren unsere Studentenwerke. Das Studentenwerk ist die Einrichtung, wo Sie alles hinterfragen können von dem Hochschulort zu Wohnheimplätzen, zu Mensaessen und die unter Umständen über diese Kosten auch ein extra verhandeltes Semesterticket für Sie mitfinanzieren. Sollte man genau schauen, was ist da drinne, was kann ich da noch sparen. Miete nicht vergessen, sehr unterschiedlich an den einzelnen Standorten. Wir haben also sehr teures Pflaster in München. Wir haben auch wesentlich preiswertere Studienorte, wo es auch preiswertere Wohnheimplätze gibt, die vielleicht dann nicht saniert sind oder wie auch immer. Wie lange hat die Zeit? Okay, ja. Gut. Wie Sie es finanzieren können, das deutsche BAföG tritt für Sie jetzt nicht in Kraft. Ich wollte bloß zu den Finanzierungen noch was sagen. Wir haben das mal ausgerechnet für zwei Standorte. Das eine war München, wo wir in etwa auf eine Lebenshaltungskosten von 1.000 bis 1.500 Euro gekommen sind durch die hohen Mietkosten. Und ein anderer Hochschulstandort ist Chemnitz. Wer kennt Chemnitz? Ich hoffe, einige doch. Ein kleiner Hochschulstandort in Sachsen mit einer sehr engagierten Universität, wo wir auf ungefähr 600 Euro Lebenshaltungskosten gekommen sind. Also es gibt dort auch gravierende Unterschiede, die Sie in Ihrer Studienwahl doch sehr beeindrucken oder die Sie mit berücksichtigen sollten. Ansonsten haben wir hier noch mal einige wichtige Internetseiten aufgeschrieben. Ich habe auch einen Handzettel am Stand, den ich Ihnen noch mit aushändigen kann, wo weiterführende Links drauf sind. Ich bin da am Stand. Rechnen Sie mit ein bisschen Wartezeit. Dadurch, dass ich nun leider Einzelkämpfer bin, dass zwei Leute gleichzeitig ausgefallen, ist ungewöhnlich, aber die beiden können beide nicht mehr sprechen, weil es eine Kehlkopfentzündung ist. Drücken Sie mir die Daumen, dass es mich nicht auch noch erwischt. Ansonsten kann ich Ihnen natürlich dann auch gerne am Stand noch die Kontaktdaten mitgeben, dass Sie Ihre Fragen dann per E-Mail oder wie auch immer nach Deutschland schicken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das eine oder andere Neue sagen und wünsche Ihnen dann natürlich viel Erfolg, wenn Sie nach Deutschland kommen. Herzlichen Dank, Frau Kerstin Necke. Sie haben es ganz souverän übernommen. Es ist wunderbar gegangen. Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Frage noch. Chemnitz, haben die harte Zugangsbeschränkungen dort an der Uni? Für einzelne Fächer. Man muss dann immer nachschauen. Für einzelne Fächer gibt es die Studienzugangsbeschränkungen, auch an kleinen Universitäten. Dort ist wirklich, man muss wirklich gucken. Also das bleibt Ihnen nicht erspart, ein Blick auf die Internetseite der Universität, wo man hin möchte. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen auch. Schönen Nachmittag noch. Applaus Was ist denn für die Stadt? Vielen Dank. Vielen Dank.